Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 21. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 528. Und ich habe heute in der Folge, in der letzten Folge vor Weihnachten, wahrscheinlich, ganz sicher, wie auch immer, die folgenden Themen mitgebracht. Datenpanne, Virtualbox, Parallels, Amazon und ÖPNV. Mit Virtualbox möchte ich starten und später mal mit einem ähnlichen Thema weitergehen. Virtualbox ist eine Virtualisierungsmaschine zu nutzen auf Windows, macOS, Linux und Solaris aus dem Hause Oracle, womit ihr eben auf zum Beispiel einem macOS-Betriebssystem ein Windows-Innerbox installieren könnt. Oder auch umgekehrt verschiedene Systeme auf verschiedenen anderen einfach mal eben virtuell laufen zu lassen, um Software auszutesten, um das Betriebssystem auszutesten, neue Updates auszuprobieren, Apps auszuprobieren, denen ihr nicht ganz so vertraut. Das hatten wir ja schon vor ein, zwei Tagen mal. Solche Dinge sind darüber möglich und noch vieles mehr, logischerweise. Diese Software gibt es jetzt neu in der Version 6.0 und da hat man vor allem an der Benutzeroberfläche geschraubt. Sie schaut optisch ein bisschen besser aus. Ich muss immer dazu sagen, dass Virtualbox schon immer sehr spärlich war. Und ihr habt neu eine Möglichkeit, die virtuellen Maschinen, die ihr aufgesetzt habt, zu exportieren in die Oracle Cloud. Was natürlich auch sehr sinnvoll und praktisch sein kann, wenn man es weiter und anders nutzen möchte, vorab zu Hause oder auch auf einem eigenen System austesten möchte. Wir gehen weiter mit Apple Music und auch das hatten wir erst vor kurzem hier in der Daily. Denn die sind ja jetzt neu verfügbar auf Alexa-Geräten. Auf den Amazon-eigenen Geräten ist das mittlerweile so. Nun wurde bestätigt, dass das Ganze auch auf weiteren Boxen laufen wird, sowie Drittanbieter also die Möglichkeit bekommen werden, den Dienst von Apple Music auch auf ihren Produkten einzubinden. Das könnte bald heissen, dass Apple Music auf ganz, ganz vielen Boxen plötzlich laufen könnte. Ich bin da mal gespannt, was das für die Verbreitung vom Dienst und Spotify und ähnliches bedeutet. In Deutschland und weiteren Ländern hat man noch keine genaueren Daten bekommen. Es wird aber sicherlich 2019 werden. Wissen das auch ihr? Eben, Schweiz kann ich nicht sagen, weil wir ja nicht mal die normale Alexa haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir gehen aber weiter mit Alexa und da ist eine ziemlich hässliche Datenpanne passiert, die eigentlich nicht passieren sollte. Ein Kunde in der EU hat ja die Möglichkeit, bei einem Konzern seine Daten zu verlangen. Sprich, alles, was über ihn registriert ist und in Datenbanken abgelegt ist, kann er anfordern, um zu sehen, was dieser Konzern so überein speichert. Ja, das dauert dann so ein paar Wochen und dann kommt ein Zipfile, was ihr packen könnt. Und so ein Kunde hat dann da plötzlich neben seinen persönlichen Daten noch ein paar anderen Geschichten tausend Audiodateien von einem Echo-Lautsprecher drauf gehabt. Der Kunde hat dann kurz studiert und gemerkt, nee, so ein Echo habe ich nicht reingehört und das war dann auch nicht seine Stimme. Ziemlich hässlich, noch viel hässlicher ist, dass Amazon darauf nicht reagiert hat. Erst Wochen später und erst als dann eben die CT schlussendlich dahinter gegangen ist, hat man, ja, gemeldet, dass das ein menschliches Versagen sei. Also die Daten werden vor der Übermittlung auch nicht geprüft, auch keine Checks um nichts. Es ist da ziemlich, ziemlich, ziemlich unschön und dürfte vielleicht noch ein kleines Nachspiel haben seitens DSGVO. Wer weiß, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ganz unschön ist dann auch, eben, man hat dann mit einer kleinen Entschuldigung reagiert. Auch wieder Wochen später hat derjenige Kunde dann eine Amazon Prime Mitgliedschaft bekommen. Eine kostenlose, sowie zwei neue Echos. Mal schauen, ob der die wieder einsetzen wird. Sehr, sehr unschön. Ja, es gab wieder mal einen Aufkauf. Es gab Kurzgerüchte in den letzten Tagen und jetzt ist wirklich so umgesetzt worden, Coral hat Parallels gekauft. Parallels, ihr erinnert euch, vorhatten wir es hier schon von Virtualisierungsmaschinen. Mehr bekannt als Virtualbox wird wahrscheinlich bei euch oder bei den meisten Parallels sein. Damit könnt ihr Windows auf einem Mac installieren oder andere Betriebssysteme auf dem Mac bekommen. Und zwar nicht so, dass ihr es wie mit Bootcamp, also entweder oder, starten könnt, sondern einfach in Fenstern drin habt ihr dann die jeweiligen Windows-Tools. Mag ich zwischendurch, wenn ich sowas nutzen möchte. Auf dem Mac passiert selten. Für das habe ich eigentlich Windows-Maschinen. Aber wenn es nicht anders geht, dann nutze ich selber auch Parallels. Und die wurden aufgekauft von Coral, der etwas ältere Hörer unter unseren Hörern wird vielleicht aufatmen und denken, der Name kommt mir bekannt vor. Genau, in den 90er Jahren war das eine grosse Nummer im Bereich Grafik. Die, oder grosse Nummer, vor allem, weil sie auch, wie soll ich sagen, vom Portemonnaie her erschwinglich war, verschiedene, wie hießen die, Softwaren, eben Coral Painter, Coral Draw und so weiter. Ja, die gibt es noch und die haben jetzt, wie gesagt, eben Parallels aufgekauft. Mit dem Ziel natürlich auch etwas zu tun, nämlich die eigene Software auf eine Vielzahl von Plattformen zu bringen. Windows, macOS, iOS, Android, Chromebooks, Linux, Raspberry Pi oder sogar in die Cloud. Das wird spannend und ich bin da wirklich gespannt, was sie da so noch rausbringen werden und vor allem, wann es denn soweit ist. Wir dürfen dranbleiben, würde ich mal sagen. Zu guter Letzt habe ich noch was zu ÖPNV-Informationen. Apple baut ja seine Karten fleissig aus, wie auch Google. Und da sind jetzt wieder neue Länder dazugekommen, was Zug, U-Bahn, Bus und Strassenbahnen etc. eben ÖPNV-Informationen betrifft. Belgien, Iowa, also der Staat Iowa aus Amerika, Manila, Philippinen, Wyoming und auch wieder ein Staat aus den USA sind mit dazugekommen. Und es sind auch neue Indoor-Karten. Wenn das interessiert, eine Liste davon findet ihr bei den Shownotes auf daily.geektalk.ch Das war's an Neuigkeiten, die ich heute noch für euch bereit hatte. Ich kann euch schon mal schöne Weihnachten und auch schon, kurz mal rechnen, nee, es könnte sein, dass ich nochmals dran bin, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich tue es auf jeden Fall beides schon mal. Ab nächster Woche ist der Achim wieder dran und da wir dann zwei, drei Feiertage haben, nehmen wir uns das Recht vor, wenn es passt, das eine oder andere auszulassen. Aber wie ich den Achim gehört habe, wird er trotzdem durch die ganzen Tage Daily-Folgen ausspielen. In diesem Sinne, habt schönen Tag, habt schöne Weihnachten, rutscht gut ins neue Jahr und ich freue mich, euch wieder zu hören. Oder umgekehrt. Ich freue mich, wenn ihr mir wieder zuhört. Auch im nächsten Jahr oder vorher noch, wie auch immer. Ja, jetzt gehe ich ins Wochenende. Euer Pogipsi, euch noch einen schönen Tag zum letzten Mal. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.